Fangen wir an! Ich kann dir nur eins sagen. Wir haben keine Alternative. Denn selbst wenn einer von uns beiden jetzt diesen großen Stop-Button hätte, wo er draufdrückt und sagt, jetzt stopp, reicht jetzt mal. Die anderen würden weitermachen. Und dann ist ja die einzige Chance, die wir haben, aktiv gut mitzugestalten. Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und heute geht es bei uns um morgen. Genauer gesagt, um die Zukunft. 5G, Blockchain, 3D, KI. Alles Technologien der Gegenwart, die sich in einem rasanten Tempo weiterentwickeln. Ja, und unser Alltag, der wird sich im Vergleich zu der Zeit von vor 100 Jahren dadurch nochmal grundlegend wandeln, was Arbeitswelten, Mobilität, Ernährung oder auch Gesundheit angeht. Damit diese Entwicklungen sich auch entfalten können, ist Gründergeist nötig. Wir müssen groß denken, um als Europäer auf dem globalen Markt der Innovationen mitmischen zu können. Das sagt mein Gast Frank Thelen. Er ist bekannter Unternehmer und Investor und hat nicht nur im Zuge der Erfolgsshow Die Höhle der Löwen beständig in neue Technologien und vielversprechende Startups investiert. Alle folgen dem von ihm gesetzten Mindset der Zukunft. 10xDNA, so heißt sein Credo, das er im gleichnamigen Buch auch erklärt. Die nächsten zehn Jahre, die werden die bislang schnellsten und intensivsten der Menschheit werden, sagt Thelen. Wie schaffen wir diesen schwindelerregenden Sprung in die Zukunft? Fragen wir ihn. Willkommen Frank Thelen bei Fangen wir an. Ja, vielen Dank, dass ich beide sein darf. 10xDNA, das ist sozusagen dein Credo für die Zukunft. Du sagst, wir leben im Zeitalter des exponentiellen Wachstums. Und dieses exponentielle Wachstum, das kennen wir jetzt durch die Corona-Krise, durch die Kurven in Sachen Virusverbreitung. Aber was heißt das in Bezug auf die Zukunft? Naja, das heißt, dass wir uns ernsthaft exponentiell jetzt entwickeln. Und das ist immer schwierig zu verstehen. Also bei leider, wie du es gerade schon gesagt hast, mit dem R-Faktor, den auf einmal die Kanzlerin immer wieder erklärt hat, haben wir das alle mal im Negativen verstanden. Da ist es ja auch schon so schwer zu verstehen, so viel sind es doch noch gar nicht. Aber die Frage ist halt, entwickelt es sich exponentiell oder halt eben nicht. Und im Positiven hoffentlich wird das bei der Technologie sein. Und was ist der Punkt? Du musst eine voll digitalisierte Gesellschaft haben, damit du dich überhaupt exponentiell entwickeln kannst. Weil ansonsten alles, was analog ist, zum Beispiel auf Papier zwischendurch, hat Probleme, sich exponentiell zu entwickeln. Da wir aber, zumindest einige Unternehmen, 100% digital sind, dann zum Beispiel Produktionen mit Robotern machen oder 3D-Druck einsetzen, die ganzen Kommunikationen mit den Kunden, welche Wünsche haben, die werden voll digital ausgeführt. Und dann auf einmal kann sich ein Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt ein Posterchild Tesla, wirklich exponentiell entwickeln und quasi alle paar Monate doppelt so viele Autos bauen wie davor oder auf einmal durch andere Produktionsverfahren zehnmal so viel auf der gleichen Fläche produzieren. Das ist heute schon Realität. Und ich glaube, das wird einfach viele Industrien, viele Unternehmen mit einem positiven treffen oder einem negativen, wenn man Wettbewerber ist. Und diese Zeit steht jetzt wirklich an. Du sagst ja, in den anderen großen Playern, USA und China, da hat dieses exponentielle Zeitalter eigentlich schon so richtig durchgestartet. Und wenn wir jetzt nicht uns am Riemen reißen, verlieren wir vielleicht den Anschluss. Wie können wir da denn überhaupt noch mithalten? Ist das wirklich noch möglich? Ja, wir haben so ein bisschen Glück. Es gab ja die erste große Revolution, das war halt basierend auf Chips. Also das, was wir als CPUs, GPUs kennen. Dann gab es das Internet, Smartphone, dann die Cloud. Und auf diesen Basistechnologien hat sich dann Google, Apple, Facebook, Amazon und wie wir alle kennen, Baidu, Alibaba, Tencent entwickelt. Und wir haben es komplett verpennt in Europa. Und es kommt jetzt aber eine zweite Welle auf uns zu. Nämlich auf Basis dieser Digitalisierung gibt es sowas wie 3D-Druck, eine Blockchain, künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Roboter und was da alles kommt. Und das ist noch nicht ausgeführt. Da weiß man noch nicht, wer ist der Gewinner. Und da haben wir noch eine faire Chance, in der einen oder anderen Industrie mitzuspielen. So, dafür müssen wir aber politisch die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Dafür müssen der Mittelstand mutig investieren. Die Corporates müssen agiler werden. Wir, jetzt zum Beispiel, ich sehe mich jetzt als Investor und mehr auf der Startup-Seite. Wir müssen mutiger nicht nur in Shopping-Clubs investieren und Dating-Apps, sondern auch in tiefgreifend Technologie, also Politik, Großunternehmen, Mittelstand, Startups. Alle müssen zusammenkommen. Alle müssen gemeinsam dran ziehen und dann haben wir eine Chance. Und dann geht es ja auch um das Mindset, was wir dafür brauchen. Darüber sprechen wir gleich jetzt erstmal. Diese neuen Technologien, die jetzt sozusagen weiterentwickelt werden können, explodieren können. Da sagst du ja, die künstliche Intelligenz, die KI ist da wirklich die spannendste und die wichtigste Erfindung der Menschheit. Künstliche Intelligenz, für viele, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, ist da immer noch so eine Art Terminator im Kopf. Aber das ist ja viel, viel mehr. Kannst du mal kurz sagen, warum die KI wirklich so zukunftsträchtig sein wird? Ja, es ist aktuell die wichtigste Erfindung der Menschheit. Warum? Dass wir denken können, unabhängig denken können, dass wir komplexe Dinge durchdenken können. Das ist quasi der große Vorteil der Menschheit, wenn man so will, Vorteil. Also wir haben leider auch mit unserer Intelligenz dumme Dinge gemacht, wie die industrielle Revolution auf Basis von fossilen Brennstoffen und Plastik ins Meer geworfen und die Meere leer gefischt. Aber das darf halt genau mit der künstlichen Intelligenz nicht passieren. Aber generell ist Intelligenz erstmal für uns ein Vorteil. Dadurch können wir verschiedene Dinge machen. Dadurch können wir beide jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast aufnehmen. Das können Leute automatisch anhören und so weiter. Das hat alles Intelligenz ermöglicht. Jetzt war es so, dass der Mensch das Ganze gemacht hat und nur denken konnte. Also wenn es um komplexe Investitionen in Kapitalmärkte ging, wenn es um sogar auch früher noch Schachspielen ging, also irgendwelche komplexen Spiele oder was auch immer, dann war der Mensch immer besser als die Maschine. Und dann kam eine Forschung hoch, die dem Computer beigebracht hat, zu denken. Und erstmal in sehr trivialer Art und Weise, Brute Force, also einfach ganz viele Versuche dagegen gehauen, bis es irgendwann gepasst hat. Und das hat zum Beispiel gereicht, um Schach zu gewinnen. Und da war, glaube ich, Kasper Hoff, wenn ich da richtig bin, sonst war es jemand anders, der da wirklich das erste Mal von einem Computer geschlagen wurde. Aber komplexere Spiele wie zum Beispiel Go, die deutlich mehr Züge ermöglichen, das hat er noch nicht geschaffen mit dieser ersten dummen Intelligenz. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und heutzutage ist natürlich das Go-Spiel auch besiegt. Aber es sieht danach aus, dass der Computer bald in fast allen Bereichen und bald in allen Bereichen, bald 20, 30, 50 Jahre, ich kann es euch nicht sagen, intelligenter ist. Und das heißt, wir sollten dann zum Beispiel selber gar nicht mehr Auto fahren, weil wir nachweislich mehr Unfälle bauen, damit Menschenleben Schaden zufügen, wenn wir selber fahren. Wir sollten nicht mehr auf MRTs schauen, weil wir als Mensch weniger Krebs im frühen Stadium erkennen, als das der Computer macht und ganz, ganz viele Dinge. Und das ist eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung für uns. Da ist ja immer so der Gedanke, die künstliche Intelligenz ist nur so intelligent wie der Mensch, der sie programmiert. Aber das ist nicht mehr so, oder? Nein, nein, nein. Wir laufen in eine Phase rein nachher, wo sich die künstliche Intelligenz selber weiterentwickeln kann. Das ist heutzutage noch nicht der Fall. Also natürlich entwickeln sich teilweise Skripte, die dann die nächste Generation selber entwickeln. Aber man kann jetzt noch nicht von einer echten Weiterentwicklung sprechen. Aber irgendwann kommen wir dahin, dass die künstliche Intelligenz sich selber auch ernsthaft weiterentwickeln kann. Und was passiert dann? Wir haben ja quasi unlimitierte Rechenpower durch die Cloud. Und wir kommen von binären Systemen, den Chips, die wir heute haben, auf Quantencomputers. Das ist eine neue, noch komplexere Art der Computer in den Rechenzentren. Und dann auf einmal entwickelt sich die Intelligenz auch ernsthaft, tiefgreifend und breit selber weiter. Ja, und dann wird sie auch relativ schnell intelligenter als wir, nicht nur für spezifische Aufgaben, ein Auto von A nach B fahren, Dokumente lesen, Krebs erkennen, sondern halt auch in der Allgemeinheit. Und wenn wir sie fragen, hey, wie lösen wir denn diese Probleme der Welt, dann wird die da einfach bessere Antworten finden als wir. Ja, und das wird super spannend und philosophisch sehr interessant, weil dann könnte zum Beispiel eine Antwort sein, du, ich habe da eine ganz tolle Idee. Wie wäre es, wenn ihr alle mal ein bisschen weniger werdet und jeder zweite von euch, keine Ahnung, soll jetzt bitte ins Meer springen und dann nie wieder auftauchen. Das sind dann natürlich sehr unschöne ethische Fragen, aber da haben wir noch viel Zeit für. Ich fände es nur auch toll, wenn wir langsam diese Diskussion anfangen, denn da brauchen wir Philosophen, Politiker, Ethiker, Informatiker an einem Tisch, damit wir da die richtigen Antworten finden. Was du gerade beschrieben hast, das Szenario, so ähnlich ist es ja schon vor 20 Jahren in dem Film AI von Steven Spielberg beschrieben worden. Ich weiß nicht, ob du den kennst, künstliche Intelligenz, wer sich gar nicht damit beschäftigt hat, den Film vielleicht gesehen, 20 Jahre ist das schon her und so weit sind wir noch nicht wie in diesem Film. Aber ist es gar nicht mehr so weit hin, dass wir unter humanoiden Robotern leben, dass wir sozusagen mit denen zusammen eine Gemeinschaft bilden und uns mit der Umwelt auseinandersetzen müssen auf ganz andere Weise? Die Hollywood-Geschichte, wird die bald Realität? Also eins ist klar, Mensch und Maschine werden eins. Wir sind es heute schon über unser Smartphone, also zumindest für die meisten, wenn ich dir dein Smartphone wegnehme, dann weißt du nicht, was deine Freundinnen machen, dann weißt du nicht, wo der nächste Termin ist, den Kontakt. Wir beide können hier diesen Podcast nicht aufnehmen und wir hängen ja ständig da dran. Ich weiß gar nicht, 300 Mal am Tag oder es gibt irgendwie ganz grausame Zahlen und da bin ich sicherlich auch einer der Abhängigen. Und das wird einfach weitergemacht. Das heißt, wir haben jetzt schon ganz klar einen App Store in the Brain, also der ist einfach wirklich auch viele der Grundlagen fertig entwickelt. Und damit können wir dann auf einmal in Echtzeit mit der Intelligenz kommunizieren. Und ja, da geht das Ganze hin. Und wenn du jetzt ein Horrorszenario aufmahlst und sagst, okay, wir haben diese ganzen Netze, dann haben wir Roboter und dann sagen die irgendwie selber, wir wollen jetzt mal eine eigene Welt aufbauen. Und dann nutzen die 3D-Drucker und drucken irgendwelche Mauern, dass wir die gar nicht mehr aufhalten können. Ich bin einfach ein positiver Mensch. Ja, ich glaube daran nicht, sondern ich glaube daran, dass wir als Menschheit das gut gestalten werden. Aber wir sollten es auch gestalten. Wir sollten jetzt loslegen, forschen, ein starkes Europa aufbauen, weil wir werden einfach mit China und USA dort in Wettbewerb treten. Und klar, jetzt bin ich natürlich auch egoistischerweise Europäer, aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass Europa auch nochmal andere Themen, Denkweisen, Ethiken mit an den Tisch bringt. Und deswegen hätte ich gerne, dass man das zu dritt wenigstens diskutiert. Hoffentlich entsteht vielleicht auch noch ein anderer, macht das immer das falsche Wort, aber ein anderer wichtiger Teil der Welt, der nochmal andere ethische Themen mit auf den Tisch bringt. Aber ich will auf jeden Fall, dass das möglichst facettenreich diskutiert wird und dass das nicht nur zwei große untereinander ausmachen. Hat aber doch auch eigentlich eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung zur Folge. Wenn wir nochmal bei den Robotern bleiben, fand ich ganz spannend. In 10xDNA schlägst du ja eine Robotersteuer vor und ein Grundeinkommen, weil sich natürlich auch unser gesamtes gesellschaftliches Leben durch die Technologisierung, Automatisierung, durch vermehrt Roboter in den Firmen verändern wird. Was genau hat es denn mit dieser Robotersteuer auf sich? Finde ich spannend. Ja, also am Ende des Tages ist das nicht mein Kernthema, wie man das alles finanziert. Da gibt es sicherlich noch bessere Köpfe. Was ist meine Idee? Ich kann als quasi hoffentlich Technologie-Kopf sagen, wir werden so effizient und automatisiert arbeiten, dass wir uns es aussuchen können, ob wir arbeiten wollen. Warum? Wir brauchen ja eine Pizza. Wir wollen irgendwie einen Film gucken. Wir wollen in einem Haus leben und das soll bitte geheizt oder gekühlt sein und so weiter. Dafür brauchen wir heute Menschen, weil irgendeiner backt die Pizza, bringt uns die Pizza, irgendeiner baut das Haus. Das wird zum großen Teil wegfallen. Häuser werden automatisch Rade gedruckt, Pizzas werden vollautomatisch gemacht, von Drohnen ausgeliefert und so weiter. Und die ganze Energie kommt durch entweder Kernfusion, im besten Falle, da haben wir auch einige Durchbrüche jetzt erzielt, aber vielleicht sonst auch Solar oder Wind. Aber das füttert zu weit, wo unsere Energie hier kommt. Auf jeden Fall kommt die auch vollautomatisch und kostenfrei quasi da rein. Dann wird die in Kraftblöcken oder anderen Technologien gespeichert und so haben wir ein hoffentlich im Idealfall Cradle-to-Cradle-System, in dem keiner mehr arbeiten muss. Und jetzt ja die Frage, wie finanzieren wir das? Also warum hat wer nachher jeder eine Wohnung? Jetzt kann man entweder sagen, jeder hat ein Anrecht auf eine Wohnung, Internet, gesundes Essen und keine Ahnung was. Oder man kommt jetzt in einem älteren System, wo wir ja heute noch leben. Also heute haben wir sowas wie Euro und damit zahlen wir. Ich glaube, wie lange es das noch geben wird, ist auch eine gute Frage. Aber bleiben wir jetzt mal bei diesem veralteten System, dem Euro. Das heißt, da war meine Idee dann zu sagen, wer diese Roboter hier betreiben darf in diesem Land, der muss eine Steuer zahlen, die dann wieder verteilt wird. Das Endziel ist für mich einfach, dass kein Mensch, wenn er sich fair und vernünftig verhält, was ich ablehne, ist Gewalt und anderen Menschen schlimme Dinge zuzufügen. Das lehne ich ab. Aber wenn es sich einer vernünftig verhält, in einem definierten Rahmen, dann gibt es heute eigentlich keine Notwendigkeit mehr, dass irgendeiner Angst hat, dass er nicht in einem warmen oder gekühlten Zuhause ist, etwas Vernünftiges zu essen hat und unlimitierten Zugriff auf Bildung hat. Das möchte ich, dass das wirklich jeder hat. Das sind echt interessante Gedanken und du hast es gerade so erwähnt, ob wir da in Zukunft noch den Euro haben und diese Währungen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema unter diesen neuen Technologien. Stichwort Bitcoin und Blockchain. Ich gestehe, ich habe mich damit fast noch gar nicht beschäftigt und tatsächlich, ich glaube aber wirklich auch in meinem Bekanntenkreis kaum Menschen. Für die ist Bitcoin so ein bisschen so eine abgespacede Technik für Nerds, die zu Hause am Computer versuchen, irgendwie im Darknet Millionen zu schäffeln. Ja, du lachst, aber ich lebe halt in einer ganz anderen Blase wahrscheinlich als du, der damit jeden Tag konfrontiert ist und erklärst doch mal für uns, dass wirklich dieses System der Blockchain wahrscheinlich unsere Zukunft extrem beeinflussen wird und nicht nur in Sachen Bitcoin, sondern in ganz vielen Lebensbereichen. Ja, also erstmal muss man Bitcoin und Blockchain ein bisschen trennen. Was ist die Blockchain? Die Blockchain ist eine Chain, eine Kette, in der Blöcke gemeint werden, also die werden erarbeitet. Und das Revolutionäre daran ist, dass es ein verteiltes System ist, also nicht zentral ein Rechenzentrum, sondern es ist ganz viele Nodes. Das sind so einzelne kleine Server, die überall auf der Welt laufen und die müssen gemeinsam über ein Netzwerkprotokoll dann sagen zum Beispiel, du hast jetzt 100 Euro auf dem Konto. Dann muss der Mehrheit dieser ganz weit verteilten Netzwerke dem zustimmen. Dann wird ein Block gebildet, in dem steht, du hast heute um, ich weiß nicht, 23 Uhr, 23, die 100 Euro da drauf. Und dann kann es auch nicht mehr verändert werden, weil er das verteilte Netz das so verabschiedet hat und dann durch Kryptografie so gespeichert hat, dass es immer lesbar bleibt, aber nicht mehr verändert werden kann. So, das ist eine Revolution, denn bisher waren alle Datenbanken, die wir hatten, zentral. Und warum wurde jetzt dein Kontostand nicht verändert, also hoffentlich durch deinen Gehalt oder whatever, aber nicht durch die Bank? Weil, wie gesagt haben, das ist abgeschlossen, der Raum, dort gibt es eine Firewall und wenn da jemand reinkommt und das macht und der wird dabei erwischt, dann geht der ins Gefängnis. Das sind heute unsere Maßnahmen. Ist doch viel, viel intelligenter und besser, wenn das bereits in der Technologie eingebaut ist und man gar nicht mehr sagen muss, ob einer böse ist oder nicht und gar keine Verträge mehr unterschreiben muss. Das ist genau der Unterschied. Heute haben wir zentrale Datenbanken, die kann im Grunde genommen jeder verändern und ist nicht nachvollziehbar. Eine Blockchain, ein Distributed Ledger ist unveränderbar. Uns egal, ob der in einem bösen Land oder einem guten Land läuft, wenn der ideal aufgebaut ist, was noch nicht viele sind, aber ein paar sind das, zum Beispiel die Ethereum-Plattform oder sicherlich auch die Bitcoin-Blockchain, dann ist die wirklich weltweit unveränderbar. Und dann kann auch zum Beispiel China sagen, wir wollen das nicht mehr, das interessiert die Chain gar nicht, weil die weltweit so verteilt ist, dass sie einfach läuft. Und da kommen wir rein. Und was kommt jetzt da drauf? Alles. Equity, Beteiligungen, wem gehört welches Haus, wehrt welches Kunstwerk und auch Währungen. Also dann hat man halt gesagt, so ein Euro ist ja eigentlich ganz super, weil ein Euro zwei Eier und jetzt kappt man eben nicht mehr Euro, weil den braucht dann auch keiner mehr, sondern man hat einen Bitcoin. Und das ist aber eigentlich dann die Revolution, weil die Blockchain und darauf kamen dann halt diese Währungen, die zum Beispiel Eigenschaften haben, wie sie können nicht mehr vermehrt werden. Die Anzahl neuer Bitcoins ist in dem Code beschränkt und was wir tun ist, wenn wir Geld brauchen, dann drucken wir, wir erzeugen, wir kopieren einfach Euros, also die es gar nicht gibt. Die Europäische Zentralbank hat wirklich einen Drucker, damit druckt die einfach Euros und die entstehen virtuell. So, das ist natürlich erstmal, gibt es ja auch diese tolle, wirklich süße Frage von einem Kind, ja warum drucken wir dann nicht einfach mehr Geld? Ich will es ganz kurz beantworten, weil dann das Geld der anderen Menschen weniger wert wird. Das ist ein Riesenproblem, aber gut, trotzdem machen wir das. Und das ist auch das Interessante, zum Beispiel jetzt bei dem Bitcoin, der ist beschränkt und damit ist die Theorie der Supporter, ich bin einer davon, dass der einzelne Bitcoin immer mehr wert wird, weil er eben nicht wie bei der Zentralbank beliebig kopiert werden kann, sondern es ist per Code, per Software und Netzwerk definiert, dass er limitiert ist. Wow, also es ist auf jeden Fall spannend und du hast ja gesagt, die nächsten zehn Jahre, die werden sich anfühlen wie früher 10.000 Jahre wahrscheinlich und wenn das uns in unser Leben viel mehr durchdringt, wird sich einiges verändern. Wir alle wollen das Versprechen einer nachhaltigeren Welt einlösen. Um das zu schaffen, brauchen wir Pioniere, die mutiger sind als andere und innovativer denken. Toyota ist ein solcher Wegbereiter, der durch tiefgreifende Veränderungen unsere Welt nachhaltiger machen will. Der Vision einer besseren Zukunft hat Toyota einen Namen gegeben. Beyond Zero steht für ganzheitlich gedachte Lösungen, die über Null Emission hinausgehen, um die Welt von morgen für uns alle lebenswerter zu machen. Dass es dabei um mehr als nur Mobilität geht, zeigt Toyota zum Beispiel mit dem Projekt Woven City, einer prototypischen Stadt, die am Fuße des Mount Fuji in Japan gebaut wird. In diesem vollständig mit Wasserstoff angetriebenen Ökosystem sollen Menschen in naher Zukunft leben und arbeiten. Hi, ich bin Silvana von AudioNow und ich melde mich hier ganz kurz rein, weil wir gerade eine kurze Podcast-Umfrage machen, bei der es auch um die Nutzung dieses Podcasts geht. Wenn ihr mitmachen wollt, dann geht einfach auf www.podcast-umfrage.de. Da gibt es einen Fragebogen, der wirklich ganz schnell ausgefüllt ist. Ich glaube, ihr braucht so ungefähr fünf Minuten und alles, was ihr da eingibt, ist selbstverständlich anonym und wird gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir fünf Best-Choice-Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro. Die könnt ihr dann zum Beispiel bei Ikea und ganz vielen anderen Marken, die mitmachen, einlösen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mitmacht. Dankeschön. Wir machen ganz kurzes Intermezzo. Dabei fangen wir an. Ein kleines Zwischenspiel, was wir immer spielen mit unseren Gästen. Ying und Yang heißt das. Ja, du lachst. Es hat aber nichts mit Esoterik zu tun. Ich gebe dir immer zwei Begriffe vor und du entscheidest dich für einen, für zwei oder für keinen. Je nachdem. Du kannst auch gerne sagen, warum. Bist du bereit? Ich bin bereit. Flugtaxi oder Hyperloop? Oh, bitte beides. Wird das wirklich kommen, der Hyperloop? Beides kommt. Beides ist fertig entwickelt. Beides ist da. Ich glaube, das Flugtaxi wird zuerst kommen, weil man dort keine Infrastruktur bauen muss. Aber die Hyperloop kommt auch und beide ergänzen sich auch sehr ideal. Also bitte, bitte beides. Das wäre ganz wichtig, damit wir weiterhin schnell und effizient, ohne CO2 und andere Gase auszustoßen, fossile Brennstoffe zu verbrennen, hocheffizient, sicher und schnell reisen können. Von daher bitte, bitte beides. Und auch das E-Bike, der E-Scooter, was immer dazukommt. Wir brauchen ein breiteres Angebot an nicht fossilen Fortbewegungsmitteln. Erbsenburger oder synthetischer Burger? Naja, der Erbsenburger, weil der, wenn du meinst synthetisch, meinst du wahrscheinlich Labgrown an der Stelle. Genau, und Labgrown ist einfach noch nicht skalierbar. Der Energieaufwand für jedes Labgrown-Meat ist heute noch zu hoch. Das wird sich hoffentlich ändern. Unsere aktuelle Einschätzung ist, es muss aus Erbsen oder anderen Dingen gebaut werden. Von daher bitte den Erbsenburger und auch keinen echten Burger, weil der Impact davon, wenn wir Fleisch essen, ist leider deutlich schlimmer, als man das denkt. Ich esse auch noch ab und zu Fleisch, sehr ausgewählt. Es ist einfach keine gute Idee, leider, leider, leider Fisch und Fleisch zu essen. Windkraft oder Solar? Beides. Wir finden es auch gut, aber ehrlich gesagt, es geht noch besser. Und dazu werden wir in den nächsten Monaten das eine oder andere kommunizieren. Es ist der richtige Weg. Wir müssen, also wir dürfen auf gar keinen Fall fossile Brennstoffe, aber es gibt noch effizientere Wege, weil zum Beispiel, wie recycelst du die ganzen Solarpanels? Da haben wir noch viel zu lernen. Windkraft hat das Problem, dass riesige Betonmengen darunter immer sind. Das sieht keiner, gerade für Fluten und so weiter, ein Problem. Es ist nicht immer Wind. Es gibt andere Möglichkeiten, den Wind zu nutzen. Also erst mal ja, verstehe ich, aber wir brauchen mutigere und noch bessere Ansätze. Die haben wir, die müssen wir jetzt diskutieren und ich hoffe auch, dass die bald auch in politischen Kreisen diskutiert werden. Und mit wem möchtest du lieber ins All fliegen? Ich lasse jetzt bewusst Elon aus, Jeff Bezos oder Richard Branson? Jeff. Ja? Und planst du das, Frank, oder steht das nicht auf deiner Agenda? Witzigerweise habe ich das heute Mittag schon angefragt. Wann fliegst du eigentlich? Und meine Antwort war gar nicht. Also zumindest aktuell nicht. Warum? Ich kann es nicht erklären. Ich teile diese, also wir haben ja auch ein Weltallunternehmen. Also wir bauen Satelliten, Nanosatelliten und schießen die zum Beispiel mit SpaceX hoch und bauen da Datennetzwerke im Weltall auf. Das finde ich schon cool, weil man über die Welt was lernen kann. Irgendwie zieht es mich nicht, auf andere Planeten dort zu leben. Ich verstehe die Idee, hat auch das große Glück, sowohl mit Jeff als auch mit Elon mit beiden über ihre Vision da persönlich zu sprechen. Ich finde das super. Aber irgendwie, das ist noch ein Thema. Ich habe hier einfach noch zu, vielleicht bin ich auch einfach zu beschränkt. Die beiden sind natürlich auch deutlich cleverer und haben deutlich mehr Kapital. Ich habe hier erstmal noch andere Themen und deswegen noch kein Ticket gebucht und es begeistert mich auch noch nicht so sehr. Okay, aber irgendein Streaming-Dist hast du wahrscheinlich abonniert. Ich frage mich allerdings, ob du überhaupt die Zeit hast, jemals abends einen Film zu gucken. Noch meine letzte Frage beim Ying und Yang. Schaust du abends dann Black Mirror oder Back to the Future? Ich habe Black Mirror bisher noch nicht geschaut. Was? Ja, okay, okay, es kommt auf meine Liste. Aber ich schaue erstaunlich viele Serien, weil das quasi das Entspannungsritual für meine Frau und mich ist. Wenn wir abends, ist ja dann eine kieferorthopädische Praxis, ist da sehr engagiert. So hat sie einen langen Tag, ich habe einen langen Tag. Und genau, dann gucken wir manchmal einfach wirklich nach dem Abendessen einfach nur noch zwei, drei, zwei, drei Serien. Und da schauen wir sehr viele. Aber Black Mirror haben wir noch nicht geguckt. Also ist jetzt hiermit auch, vielleicht hört Nathalie den Podcast auch irgendwann, muss auf unsere Liste, schauen wir uns an. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist zur Entspannung. Denn in dieser Serie kommen ja alle Technologien eigentlich, die du als zukunftsweisend auflistest, in sehr dystopischen Szenarien vor. Ja, das ist nicht so unser Ding. Nee, wie die Technik uns irgendwann über den Kopf wächst. Du hast ja vorhin schon gesagt, du siehst es sehr, sehr positiv in die Zukunft. Also die Gefahren, die vielleicht auch KI, Stichwort Deepfakes zum Beispiel, mit sich bringen, die können wir unter Kontrolle kriegen? Nee, kann ich dir nicht garantieren. Aber es gibt eine Menge, Menge Herausforderungen. Zum Beispiel Deepfakes ist ja total scary. Also dass man auf einmal sagt, aber das hat doch Barack Obama gesagt. Und er hat es aber eben nicht gesagt. Ich meine, wir haben ja sonst auch Fake, wo schon alleine, wenn man gewisse Bausteine irgendwo rausschneidet, das hat mich auch gerade auf Social Media getroffen, da hat irgendeiner wirklich einen Satz komplett aus dem Kontext genommen. Und natürlich hat keiner mehr den ganzen Satz angehört. Also das war jetzt kein Deepfake, weil es war einfach nur falsch zusammengeschnitten. Aber das ist auch schon, was können wir, was und wie und wem können wir eigentlich noch vertrauen? Also was wollte eine Angela Merkel eigentlich sagen? Ja, und wenn wir natürlich jetzt sagen, Angela Merkel hält eine Rede und sagt, sie wechselt jetzt zur AfD oder zur Linken. Ja, ein Riesenproblem. Was ich glaube, ist, wir werden Lösungen finden, weil ich glaube einfach an das Gute auf der Welt, auf das Gute in den Menschen. Und das ist aber, ja, das ist natürlich ein Teil Wissen, was ich habe, wo wir gute Lösungen haben. Aber es ist auch kein 100 Prozent Wissen, weil ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch einfach nicht gut aus. Ich kann dir nur eins sagen, wir haben keine Alternative. Denn selbst wenn einer von uns beiden jetzt diesen großen Stop-Button hätte, wo er draufdrückt und sagt, jetzt stopp, reicht jetzt mal. Die anderen würden weitermachen. Und dann ist ja die einzige Chance, die wir haben, aktiv gut mitzugestalten. Weil wir können ja nicht sagen, nee, wir hören jetzt auf. Weil dann kann ich dir eins sagen, dann werden China und USA für uns komplett definieren, wie unsere Zukunft aussieht. Da bin ich mir sicher, das möchte ich nicht. Und deswegen, genau, lass uns bitte anpacken, lass uns Gas geben, lass uns investieren, lass uns positiv denken und die Zukunft aktiv gestalten. Da hast du ja auch so tolle und gleichzeitig erschreckende Beispiele in deinem Buch drin. Zum Beispiel Kodak, eines der führendsten Unternehmen früher gewesen, kannst du ja vielleicht auch nochmal erklären, die dann sozusagen so gut wie verschwunden sind mit der Digitalfotografie, obwohl sie daran eigentlich an der Entwicklung mit beteiligt gewesen waren. Ja, das ist eine traurige Geschichte, schon. Kodak war eins der stärksten oder ein sehr, sehr starkes Wirtschaftsunternehmen, auf jeden Fall mal im Fotobereich die Nummer eins. So, und dann gab es in der Industrie einen Wechsel von dieser analogen Welt, wo die führend waren, die super, super profitabel war, hin zur Digitalen. Und sogar die Digitalkamera wurde sogar noch bei denen entwickelt. Aber das Unternehmen hat so viel Geld mit dem analogen verdient, dass es einfach den Digitalbereich gar nicht haben wollte. Und jetzt kommen wir wieder in diese exponentielle Entwicklung. Und am Anfang ist das ja alles auch klein. Ich kann mich im deutschen Unternehmen daran erinnern, C.B. Color ist quasi ein deutscher Player in dem Bereich. Da hat der Vorstand irgendwann mal gesagt, mit diesem ganzen Digitalkram können Sie mich mal, optimieren Sie meine Logistik um zwei Prozent. Das hat einen Impact. Und das war natürlich auch bei Kodak damals die Denke. Und keiner hat dann gesehen, okay, aber das wird irgendwie groß. Und das Gleiche auch bei der Deutschen Telekom AG. Ein sehr tolles Unternehmen. Aber so wie mir berichtet wurde, René Obermann hat das T-Mobile aufgebaut. Und am Anfang hat da auch keiner dran geglaubt und gesagt, ja, was soll denn Mobilfunk? Also ja, könnt ihr ja machen, ist ein tolles Projekt. Aber ganz ehrlich, die haben halt so viele Telefonleitungen gehabt, mit denen die so viel Geld verdient haben. Und dann gab es halt die ersten, weiß ich nicht, tausend Mobilfunkkunden. Die haben halt einfach keinen interessiert. Und den Unternehmen fehlt dann die Weitsicht zu sagen, lass uns mal versuchen, 10, 20 Jahre vorauszuschauen. Könnte das sein, dass das Business vielleicht größer wird als das, womit wir heute so viel Geld verdienen? Und dann hat man den Kodak, Nokia, was auch immer Effekt, wo einfach ganz traurige Geschichten entstehen, wo man es von außen heute gar nicht verstehen kann, sagen, das muss doch ein Nokia gesehen haben. Nein, haben sie nicht. Und es ist auch, ehrlich gesagt, leichter jetzt natürlich viel leichter, von außen in den ganz klugen Sprüchen hier zu klopfen, als wenn man selber halt im Daily-Business ist, ganz viel verkauft und eigentlich alles läuft toll. Und das dann, diesen Weitsicht zu haben. Übrigens in diesem Kodak-Zusammenbruch habe ich auch sehr stark profitiert. Das war mein erstes erfolgreiches Unternehmen. Ich habe vorher sehr viel nicht so erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Aber das war mein erstes erfolgreiches, weil ich dann einen Weltmarktführer im Digitalfotobereich aufgebaut habe. Und wir halt eben, natürlich für uns ist klar, dass es keinen Film bald mehr gibt. Und die Chance haben wir dann als neuer Anbieter genutzt und haben das ganz gut umgesetzt. Ja, es geht ja anscheinend wirklich darum, sagst du ja auch, das Mindset muss sich ändern. Das Mindset muss jetzt auf Zukunft, auf 10x ausgerichtet werden. Tja, wie kommen wir da hin? Geht nicht, gibt's nicht, ist so ein erster Schritt, oder? Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, dass ich versucht habe, das so runterzubrechen, dass das jeder versteht. Und da muss ich auch, ist jetzt immer toll, selber zu loben, aber da kriege ich schon echt gutes Feedback, dass es das Buch einigermaßen tut. Ich kriege auf der anderen Seite auch negatives Feedback von Quantenphysikern und so weiter und sage, ja, das ist ja total oberflächlich geschrieben. Und da kriege ich lieber auch, du hast es so oberflächlich geschrieben. Mir ist wichtig, möglichst viele mitzunehmen. Und weil man kann es eigentlich verstehen, was da passiert. Also wenn man diesen Baukasten der Zukunft versteht, was kommt da jetzt halt als mit diesen künstlichen Intelligenz, Robotern, Quantencomputern, Blockchain. Und wie kann dieses Konzert ineinander spielen und was kann dadurch entstehen? Dann bringt man wieder diese Geschichten von halt, was mit Kodak passiert. Warum ist Tesla heute die wertvollste Autofirma der Welt? Wie konnte das Volkswagen und BMW einfach verpennen? Und genau, das ist mir echt wichtig, weil ich glaube, das erste Mal ist Wissen, Bewusstsein, Handeln. Und das Buch versucht, das Wissen zu schaffen. Und dann muss jeder versuchen, wie kommt er ins Bewusstsein und dann irgendwann ins Handeln. Aber das ist quasi der Startschuss dazu. Aber so ein paar Zutaten nennst du ja, die da ganz wichtig sind. Da ist natürlich erst mal Mut. Das hätten wir jetzt bei Kodak, der da gefehlt hat. Und dann kommt gleich danach Paranoia. Ups. Ja, ich bin sehr stark von Paranoia, von Respekt getrieben, weil ich halt selber ja disrupten durfte. Und die Frage ist immer, wann werde ich eigentlich disrupted? Also bin ich auch bereit zu? Also dann fängt halt meine Rente ein bisschen früher an. Aber das muss man, finde ich, schon immer auch auf der U haben. Wir machen ja Venture Capital. Also wir gehen hin und sagen, wir investieren in Startups, unser Geld und so weiter. Warum soll das eine AI nicht besser können? Und da versuche ich mich und wir uns ja schon noch zu challengen. Wie lange werden wir eigentlich hier als, wir sind ja super smart und super cool, überhaupt noch gebraucht? Und das ist hier sehr, sehr aktiv. Dass wir uns wirklich immer auch fragen und selber hinterfragen und auch sagen, wie lange werden wir eigentlich noch gebraucht? Die allerwichtigste Zutat ist wahrscheinlich auch Neugierde. Und eben, also wenn man in deinem Buch, wir haben jetzt ganz wenig eigentlich nur angesprochen. Es gibt ja noch so viele wahnsinnig spannende Entwicklungen. Also Stichwort im medizinischen Bereich. Das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Wir sind praktisch daran, dass wir die DNA mittlerweile so verändern können, dass wir wirklich vielleicht in den nächsten 10, 20, 30 Jahren tatsächlich in der Krebsforschung. Oh nein, nein, nein. Meinst du nicht? Zwei, drei Jahre. Zwei, drei Jahre. Ja, wir sind da ganz kurz davor, T-Zellen zu programmieren, die Laborversuche laufen. Also nein, da sind wir ganz nah dran. Also natürlich jetzt nicht, und das ist auch bitte hier wichtig, wenn jetzt Ärzte zuhören, natürlich sagen sie zu Recht, wie auch meine Frau, Frank, du machst das so einfach und pauschalisierst das. Sie werden einzelne spezifische Krebssorten sehr bald heilen können. Sogar auch die BioNTech-Gründer haben ja gesagt, dass sie das auch, ich glaube, sonst gerne Korrektur, in zwei, drei Jahren sehen in der klinischen Trial. Und die machen jetzt mit mRNA. Wir haben in ein Unternehmen investiert, das programmiert T-Zellen. Ja, also da werden jetzt ganz viele sehr spannende Dinge, nicht in zehn Jahren. Also in zehn Jahren kann ich gar nicht sagen, wo wir da stehen, aber in den nächsten zwei, drei, vier Jahren werden wir da was sehen. Ja, was ist deine Vision für die nächsten zehn Jahre? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie kommen wir jetzt möglichst gut dahin? Du hast gerade BioNTech erwähnt, da hat man es ja gesehen. In der Krise ging es plötzlich ganz, ganz schnell, auch mit der Förderung und mit der Unterstützung. Was ist da deine Vision für die Zukunft? Ja, meine Vision für die Zukunft ist, dass wir schneller, mutiger, progressiver entscheiden, dass wir eben nicht, jetzt spreche ich mal gerade über Deutschland und so ein bisschen Europa, einen Staat haben, der immer mehr verbietet, immer mehr reguliert, es immer schwieriger macht, sondern dass wir den Menschen vertrauen, dass sie gute Wege finden. Und natürlich müssen wir aus den fossilen Brennstoffen raus. Natürlich dürfen wir nicht mehr beliebig viel Fleisch und Fisch essen und müssen vor allen Dingen auch das alles exportieren, dass andere auch gute Lösungen haben. Ja, aber das ist meine Vision, dass wir sagen, wir vertrauen der Menschheit, wir entfesseln sie, wir reduzieren die Bürokratie, wir digitalisieren progressiv und mutig und wir haben Bock. Wir sagen, hey, die Zukunft ist einfach toll und wir wollen sie gestalten, wir haben einen Pioniergeist, wir nehmen die Herausforderungen mit Mut und Freude an und wir geben Gas. Und das ist so manchmal ein bisschen mir verloren gegangen, sondern wo es immer nur noch da geht, ja, das ist ja alles schwierig und ich weiß nicht und lass uns das noch mehr regulieren, lass uns mal enteignen. Das sind einfach, finde ich, die falschen Wege, sondern ich glaube, wir brauchen eine Politik, die für alle da ist, wo keiner sich sorgen, was ich ja eben schon gesagt habe, um sein Essen, um seine Wohnung macht. Aber wo wir einen positiven Push haben und alle wieder Spaß haben, die es können, anzupacken, Gas zu geben, zu gestalten. Das ist einfach das, was ich mir wünsche. Unser Podcast heißt ja auch, fangen wir an und deswegen zum Schluss, Fortschritt ist Veränderung. Was kann jeder tun, um was beizutragen zur 10xDNA? Also am Ende dieses Gesprächs fragen wir immer unsere Gäste nach zwei ganz konkreten Tipps. Also was jeder, der das jetzt hört, vielleicht selber in seinem Leben heute für morgen schon ändern kann. Ich glaube, es ist eines zu verstehen oder verstehen zu wollen, dass das kommt, weil man kann ja so einfach sagen, ja, 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 diese Hyperloops, dieses Fleisch aus dem Labor und DNA programmiert, ich erlebe das nicht mehr. Und das ist für die allermeisten, die jetzt zuhören, einfach nicht der Fall. Deswegen versucht, ob es mein Buch ist, ein anderes Buch ist, YouTube ist, whatever. Seid offen dafür, natürlich auch gerne Podcasts, seid offen dafür und befasst euch damit. Nehmt euch eine gewisse Zeit, kann eine halbe Stunde am Wochenende sein und sagt bewusst, jetzt möchte ich gerne mal dieses Bitcoin-Quantencomputer einfach mal ein bisschen. Natürlich werdet ihr kein Bitcoin-Experte, nicht mal ich bin der allertiefste Bitcoin-Experte. Aber lebt los und sagt, hey, das kommt jetzt und damit befasse ich mich jetzt. Und das, glaube ich, ist wichtig, ist, wenn dieses kontinuierliche Lernen reinkommt, dass die Leute einfach Bock darauf haben. Danke dir, Frank, für dieses echt interessante Gespräch und dein Buch ist ein echter Mindblower. Also danach, man schaut wirklich ganz, ganz anders in die Zukunft, wenn man es gelesen hat. Danke dir, dass du hier warst. Danke, dass ich bei dir sein durfte und danke für das Kompliment. Genau das wollte ich erreichen, die Leute zu begeistern und zu sagen, hey, und das wäre mein Traum, wenn du jetzt sagst, das Buch war ein Startpunkt und jetzt befasse ich mich mal mehr mit Bitcoin oder mehr mit DNA oder was auch immer. Dann habe ich alles erreicht, dann bin ich super glücklich. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Frank Thelens Buch heißt 10xDNA, das Mindset der Zukunft und es ist bei Goldman erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und vielleicht fangt ihr wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Seid neugierig, seid mutig, denkt um die Ecke, denn eins ist klar, die Zukunft kommt. Besser, wir umarmen sie und sind gewappnet. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Let's go beyond zero von Toyota. Für eine Welt, in der wir nicht bei Null stehen bleiben, sondern mit neuen Ideen und Lösungen für eine bessere Zukunft sorgen. Du willst mehr erfahren? Schaue jetzt unter www.toyota.de slash beyond minus zero vorbei. Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein! Hi, ich bin Katharina Schmitz und ich mache gemeinsam mit Mimi Siewalski vom Avocado Store und Paul Bethke von Lemonade & Charity einen neuen Podcast von GEO. Wer wird visionär? Wir suchen die beste nachhaltige Idee Deutschlands und das in einer Podcast-Casting-Show. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinhört.